Simona hat Treadlocks unten. Du kannst ruhig zu mir gucken. Weißt du, wie du uns gefunden hast, Simona? Ja, im Internet. Im Internet, gell? Heutzutage. Du hast schöne Treadlocks, am Kopf angesagt, also unten drunter. Und die kriegst du heute noch gearbeitet. Geh mal ein bisschen näher. Du kannst sicher drehen. Das sind die wunderschönen Treadlocks von Simona. Schöne dicke, aus eigenen Haaren. Der Ansatz ist jetzt ausgewachsen. Und das tun wir dann nachhekeln. Okay. Du warst ja schon mal da so nachhekeln, so nacharbeiten. Ja. Warst du zufrieden? Ja, sehr. Sonst wärst du nicht da, gell? So ist es. So, Simona ist auch fertig. Die sind jetzt schön fest am Ansatz. Dreh dich mal um. Wie lange hast du sie überhaupt, deine Treadlocks, Simona? Ich glaube, zwei Jahre, drei Jahre. Die hast du selber gemacht, gell? Die habe ich machen lassen. Ah ja, machen lassen. Aber nicht bei uns. Nein. Ja. Das war der Arbeitskollegin. Okay. Sieht richtig hübsch aus und habt viel Spaß und danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ich danke euch. Danke auch. Oh, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.